Willkommen bei Janni spielt. Ich spiele Potter Knights. Ein neues Spiel. Das ist mir sehr ans Herz gelegt worden. Ich soll das unbedingt mal probieren und genau das werde ich jetzt tun. So. Brandneu. Krieger. Krieger klingt gut. Kann ich das Aussehen nicht noch irgendwie verändern? Ah, jetzt. So, was haben wir denn? Glatzkopf ist hübsch. Ich bin doch eine Frau, hallo? Hm. Ich habe gedacht, weil sie so flachbrüstig ist, aber... Natürlich meine Standard-Haarfarbe. So sehe ich eigentlich... Okay, drei ist es. Was gab es da noch? Bart. Ja, nee. Bart lassen wir jetzt mal. Was haben wir hier? Wer will mir das mit pink? Ah, ich glaube, ich nehme das. Ohren. Ah, Ohrringe meint er. Ah, das ist okay. Was ist das? Augen. 14 Augenformen. Wenn man nach vorne gucken würde, würde das schon helfen. Hm. 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 Ich glaube, ich nehme... Die Augenfarbe blau natürlich. Gibt es noch was anderes? Rot. Ja. Äh. Ah, okay. Ja, auch gut. Was ist das? Stimme. So. Das ist doch dasselbe, oder? Hm. Charaktername natürlich. Ja, nee. Erstellen. Du wohnen Krieger. Beitreten. Einstellung. Privat. Alleine. Ja, bitte. Okay. Start. Neue Welt. Komm rein. Also ich weiß nur, dass es eckig ist. Und dass es eine Story hat. Also schauen wir mal. Soll ich auch ein paar Screenshots machen? Weil die brauche ich ja für die Vorschau-Bilder. Okay. Ich bin ein Held, der den Portalen das Licht wiedergibt. Yay. Natürlich, ich bin immer ein Held. Auf geht's. Friedliche Hügelstufe 1. Bewege dich mit den Tasten. W-A-S-D-E-A. Das ist ein Problem, aber ich kann auch die Pfeiltasten nehmen, merke ich gerade. Schaue dich mit dem Bewegen der Maus um. Ja, toll. Muss ich mich jetzt mit wehren, damit das weg geht. Toll. Leertaste, um zu springen. B. Um auf den Rucksack zuzugreifen. Ziehe einen schwachen Heiltrank in die Aktionsleiste. Okay. Auch das kriege ich hin. First Person. Nicht First Person. Okay, ich brauche einen Gegner. Gegner. Du. Tot. Habe ich das gut gemacht? Ich habe ein blaues Portal-Steinfragment gefunden. Klicke auf Feinde, um sie anzuvisieren. Ich kann nirgendwo draufklicken. Und drücke die Leertaste drum in eine Richtung aus. Was? Ah, okay. Oh ja, passt schon. Töte drei Feinde. Das waren jetzt zwei, wenn das zählt. Ja. Schmetterling, zählst du auch? Ne. Ne. Also es ist alles schön bunt auf jeden Fall. Und eigentlich ist nur die Landschaft eckig. Was ist denn das? Interagieren ist... F? E? Ups, nein. F. Irgendwas? Habe ich jetzt was bekommen? Ah, Pilzspuren. Okay, ich muss draufhauen. Was haben wir hier? Ist doch bestimmt auch was, oder? Ist das ein Busch? Ich muss also überall einfach nur draufhauen. Setzlinge. Kann ich jetzt überall draufhauen? Ich kann das einsammeln. Was ist das? Weizen? Weizensprossen? Das ist ein Pilz. Das sehe ich doch. Und Wasser. Hm, was ist das? Was ist das? Was ist das? Baumwolle. Hm. Blümchen? Geht auch? Nein. Baumwolle brauche ich bestimmt noch. Gleich mal pflücken. Da ist noch Weizen. Töte drei Feinde. Okay, ich wollte jetzt erstmal Feinde töten. Ja, aber ich kann nicht widerstehen. Ich bin so ein Sammeltyp. Wenn da was zum Sammeln ist, dann muss ich das auch einsammeln. Ich hoffe mit der Lautstärke geht das jetzt. Oh, da ist noch Weizen. Die brauche ich. Oh, eigentlich wollte ich den Erdblock gar nicht haben. Ich suche noch einen Gegner. Feinde, wo seid ihr? Ich brauche bestimmt auch irgendwann mal Baumwolle. Für die Quest. Obwohl das ist eigentlich eher das Tutorial. Ich weiß gar nicht, ob es echte Quests gibt. Keinen Plan. Hier gibt es eigentlich ganz schön viel. Da komme ich aus dem Sammeln gar nicht mehr raus. Deswegen suche ich jetzt einfach mal einen Gegner. Oh, ein Gärtchen. Also Gärtchen wie Garten. F benutzen. Garten. Pflanze einen Samen für jeden Baum, den du fällst. Was? Ist doch schon voll. Tö. Ne. Ich hätte... Ah! Gegner. Feind getötet. Ja, mein Portalstein habe ich jetzt keine mehr gefunden. Beende die restlichen Aufgaben. Ich arbeite dran. Hey. Geht gar nicht kaputt. Jetzt. Ich frage mich, wer die Portalsteinbruchte hat. Also eine hatte ich ja aus dem Gegner bekommen. Muss ich noch mehr Gegner töten? Yay. Ups. Die scheinen auch per se erstmal nicht aggro zu sein. Was gut ist. Huch. Uh. Tut mir nix. Tut mir nix. Ich habe es nicht so gemeint. Ah, ich habe ein Portalstein links gefunden. So. Blaues. Falls das einen Unterschied macht, da ist noch eins, oder? Beende die restlichen Aufgaben. Habe ich das jetzt nicht schon? Ich dachte. Wo sehe ich das? Die restlichen Aufgaben. Hm. Krieger Stufe 1. Rüstung. Inventar. Map. Weltkarte. Hier. Gibt es denn meine Aufgaben? Sind das die Aufgaben? Nein. Hm. Krieger Stufe 1. Was ist das? Steinspitze. Ich soll doch noch Steinblöcke sammeln. Wieso sehe ich das jetzt nicht mehr? Irgendwo habe ich bestimmt auch ein Questlock. Wieso wird mir das... Muss das hier sein? Soll ich bauen wahrscheinlich. Holzscheite. Steinblöcke. Hm. Dann... Mir fälle ich doch mal einen Baum. Vier Holzscheite. Und wofür da ist Stein. Stein. Ich habe alles mit meinem Schwert. Kein Ding. So. Jetzt kann ich... die Steinspitze herstellen. Hey. War das jetzt gut? 1, 2 und 3 Aufgaben. Ja, wo sehe ich denn die Aufgaben? Himmel. Seelsam. Ob das eine Einstellung, oder? Ja. Hm. Vielleicht sollte ich noch mal gucken. Interagieren. Inventar. Da gibt es keine Extrataste für. Seltsam. Wie soll ich denn wissen, was meine Aufgaben sind, wenn ich die Aufgaben nicht sehe? Okay. Ah, jetzt. Ah, jetzt. So. Das ist ein Haus. F benutzen. Friedliche Hügel. Baumwollfarm. In der Baumwollfarm stellen die Portalritter ihre Rüstung und Kleidung her. Okay. So. Ich soll die Werkbank reparieren. Aufrüsten. Brauche ich 4 Holzscheide. Das lässt sich doch machen. Hm. Wenn ich irgendwo einen Baum finde. Was ist das denn? Hm. Ignoriere ich jetzt erst nochmal. Oh. Baum. Oh. Ein Gegner. Ein Gegner. Ein Gegner. Oh. Der ist aggro. Böse. Böse. Aber die Grünen sind nicht aggro. So. Ich wollte einen Baum. Sag, da ist noch ein Baum. Zwei Holzscheide. Ich brauche aber 4. Oh. Ein Setzling. Ein Setzling. So. Zurück zur Hütte. Was ist denn das? Mais? Ja. Auch Weizen. Ups. Das habe ich nicht erkannt. So. 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 Aufrüsten. Okay. Jetzt soll ich eine Junkerrüstung herstellen. Die. Hier. Junkerwestern. Da. Baumwollstoff. Wo kriege ich den Baumwollstoff hier? Das Baumwolle vielleicht? Das Werkzeuge Waffen. Baumwollstoff. Tada. Verstehen. Okay. Vielleicht reicht das schon. Junkerwestern. Hallo. Ich habe doch 4 gemacht. Oh. Oh. Okay. Nochmal. Verstehe ich nicht. Wieso kann ich das nicht hier machen? Da. Oh. Feuersteller. Fackel. Merkbank. Was ist das? Möbel. Ja. Da geht es ja schon los. Ich brauche 2 Baumwollstoff. Und ich habe 0 Baumwollstoff. Ist das richtig? Äh. Ich brauche es nicht. Und ich habe 0 Baumwollstoff. Ist das richtig? Ah. Da bin ich. So wird mir der Baumwollstoff nicht angezeigt. Außerdem könnte ich hier mal die Spitzsacke ausrüsten. Und das hier weg tun, das brauche ich ja nicht. Portalstein werde ich hier unten auch nicht brauchen, nehme ich an. Und Steine auch nicht. Achso, das gehört da rein. Okay. Dann so. Aber. Wo ist mein Stoff? Ich esse mal noch mehr Baumwollstoff. Was ist jetzt? Warum ist da ein Ausrufezeichen? Ja. Ah. Okay. Ich muss mir das da erst rausklauben. Junkerwester herstellen. Bestehe. Das ist jetzt da drin. Und dann nehme ich mir das. Und dann habe ich das. Und dann ziehe ich das an. Oh. Ah. Habe ich. Werde die Kisten los. Und hol dir die Beute aus den Kisten. platziere fünf edelte Holzblöcke, um die alte Farben wieder aufzubauen. Oh. Die Holz. Ist das denn? Hm. Erstmal die. Holzkisten. Die sind hier. Ich sollte dazu die Spitzsacke nehmen. nicht da oben landen. Ich brauche dich doch. Hm. Ah. Hier ist extra Baumwolle gepflanzt. Aber ich hatte hier unterwegs schon genug gesammelt. So. Jetzt habe ich 60 veredelte Holzblöcke. Und jetzt kann ich doch das hier nicht reparieren. Ja. Wieso zeigt er mir sowas komisches hier an? Ich wollte nicht draufhauen. Oder sind noch mehr Kisten? sehr schön. Ich wollte es doch gar nicht kaputt machen. Ich soll fünf Holzblöcke platzieren. Ich platziere Holzblöcke, indem ich was tue. auch. Ah. Okay. Ich würde ihn gerne da neben platzieren. Sehr schön. Ein bisschen sperrig. Na wenn, dann machen wir das auch schon richtig. muss ich mal von hier gucken. So. Und oben drauf kommt ja Reu. Das ist kein Holz. Ops. Äh. So. Beende die restlichen Aufgaben. Ja, sind wir wieder bei dem Thema. Und wie kann ich das Ding hier reparieren? Keine Ahnung. Kann ich es überhaupt reparieren? Ja, nee. Jetzt mache ich es einfach kaputt. Ups, ich habe den Boden angeschlagen. Dann kann ich das Zeug auch so nicht hinstellen. Dann werde ich mir einfach Möbel bauen. Wird ja nicht so schwer sein. So, das war... Bauen. Möbel. Bett. Ich brauche vier Holzscheite. Sollte sich hier machen lassen. Uh. Jetzt dachte ich schon, ich stürze irgendwie ins Bodenlose. Dann habe ich sechs Holzscheite. Uh, creepy. Das schaue ich mir gleich an. So, jetzt kann ich ein Bett bauen, oder? Bett bauen, oder? Möbel. Werkbank. Ich wollte ein Bett bauen. Benötig Werkbank. Dann kann ich das Bett herstellen. Dann kann ich das Bett herstellen. So, jetzt Bett herstellen. Dann kann ich das Bett. Dann kann ich das Bett herstellen. Irgendwo hin. aber wie so vielleicht was ist die 7 und ich hätte das gerne und ich das nicht umdrehen eigentlich wollte ich schlafen geht das nicht kann man hier nicht schlafen keine plan vielleicht nicht beende die restlichen aufgaben was könnte denn noch eine aufgabe sein mein schwert ist bald kaputt vielleicht soll ich mir eine waffe machen ist das die nächste aufgabe das ist ein fliegeding tatsächlich und die roten sind vielleicht soll ich mir was zu essen machen oder so brauche ich was zu essen naja klar ich kann ja nahrung herstellen und so ich weiß nicht was ich machen soll soll ich ein dach bauen jetzt ernte ich erstmal die baumwolle hier ich weiß auch gar nicht ob das wieder nachwächst wahrscheinlich nicht mit solchen lagerfeuer baum was ist das keine ahnung so wenn ich jetzt die baumwollsetzlinge setzen wollen würde dann setze ich die einfach so dahin ich habe noch andere setze ich kann die tastatur auch nicht umlegen das funktioniert nicht leider was haben wir hier das ist ein setzling weizen sprossen baumwolle noch und da passt der busch doch mal ein bisschen pflanzen die 23 ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen viel und der weizen werde ich bestimmt noch brauchen ich glaube als nächstes baue ich mir ein lagerfeuer so was haben wir noch weizen wieder gut habe ich jetzt genug gepflanzt ich gehe mal ein feuer bauen ein feuer bauen feuer war hier nicht hier nicht hier nicht vielleicht soll ich mir ein schwert bauen kann ich mir ein schwert bauen ja ich baue mal eins auf reserve weil mein meins ist schon relativ kaputt das ist rüstung vorhersteller zwei steine vier holz was ist jetzt warum ist da ein ausrufezeichen ich habe keine ahnung was auch das hier bedeuten soll was ist das ach so ok ich habe vergessen das links zu nehmen vier holz zwei steine vier holz zwei steine was soll ich denn drehen ach so die sieht's die wollte ich jetzt nicht drehen unten sind bäume gehe ich mal da hin gibt es fallschaden ich weiß es nicht ich mach den da das fehlen geht ja auch relativ einfach viel holz schalte und stelle oh ist eine funkelscheuche gehe ich doch da mal gucken hallo juhu du böses ding springt mich einfach an da fühle ich mich ja fast wie in ding ding vogelscheuche ach das ist eine trainingspuppe das ist gar keine vogelscheuche ach wo gibt es denn hier steine ok doppel jump gibt es nicht deadpool meinte ich deadpool da ist stein ich habe doch eine spitzhacke moment so ein bisschen hier graben ok wenn ich erde grabe gibt es auch stein oder ne sieht nur aus wie stein wo geht es denn da hinten da seht ihr mal ups es hat die welt zu ende meine güte was passiert wenn ich da runter hübe es ist so eine scherbe es ist aber nicht groß ob ich das gerade mal ablauf ups das war nicht der plan aus dem weg jungs ich habe zu tun er kann auch nur einen block hoch springen das kennt man ja auch noch ich lauf gerade mal die rände ab damit mir nichts entgeht soll ich vielleicht ein dach bauen ich weiß es nicht aber wie kann ich den räuble machen aus gras nein was ist denn da unten die nächste welt was ist hier ach das ist der garten pflanze einsam für jeden baum den du fällst kann man machen muss man aber nicht oder soll ich jetzt vielleicht gehört es fest ist das die aufgabe ich habe keine ahnung habe ich den baumsamen baumwolle ein ei pilzspuren das macht baumsetzling okay das ist das aber die habe ich doch schon gepflanzt oder das sieht nur so aus als wäre ich planlos das hat er eben angezeigt genau so habe ich gepflanzt und jetzt nichts wenn man da oben hingeht auf die spitze des berges ah hurra ich habe wieder aufgaben ich soll portalsteine platzieren und zwei blaue portalsteine herstellen und was ist das grüne hier drüben auf dem dach hüpf doch da hoch wo ist denn das und warum blinkt und funkelt es hier jetzt schon wieder dazu brauche ich keine werkbank okay habe ich zwei hergestellt wie viel soll ich herstellen vier und die da drüben einfügen dann hüpf 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 ähm ähm totalsteine die sind auf der sechs und die platziere ich jetzt Eins, zwei, drei, vier. Ich will, ist das die letzte Aufgabe? Kerkerturm. Kerkerturm. Ich finde das doof, das ist bestimmt der Turm hier, da war ich noch gar nicht drin. Muss ich doch bestimmt auch noch machen. Benutzen. Ausguck, Quintel, hochgelegene Aussichtspunkte, um einen besseren Überblick über die Insel zu bekommen. Okay. Habe ich gemacht. Gehe ich jetzt runter. Und weiter runter. Und ganz runter. Ganz, ganz runter. Oh, Hilfe. Ich habe mein Schwert nicht ausgerüstet. Jetzt aber. Hallo, du böser, gefallener Krieger. Du, ich hau dir auf die Mütze. Knochen. Yay. Noch nichts machen. Kann ich nicht einsammeln. Schade. Geht's hier rein oder raus? Hier kam ich, ups, hier kam ich also nicht her. Das ist aber eine hohe, muss ich mir ja an der Treppe bauen. So, F benutzen. Alte Schatzkammer. Die tapferen Abenteurer, die es soweit geschafft haben, sollen sich den verdienten Schatz nehmen. Nehme ich mir den verdienten Schatz. Ui. Stromquartz. Heiltrank, Baumwolle, Portalsteinfragmente. Die ich allerdings nicht brauche, weil ich habe ja schon ganz viele. Ah, ich kann hier durchscrollen, das ist gut. Ich baue mir natürlich eine bequeme Treppe. Und rüste das Schwert wieder auf. Öffne die Karte durchdrücken. Das schaffe ich. Da bin ich, da muss ich hin. Was ist das? Ah. Hey, was war denn das? Ah. Gehe durch das Portal. Ah, ja, okay. Ich bin schon im Neuen, oder? Ich wollte doch noch gar nicht. Mann. Oder? Wieso bin ich denn jetzt hier gelandet? Das verstehe ich nicht. Ich bin doch noch nicht auf der Neuen. Ach, das sind Sachen, die kommen nur nachts raus, scheint mir. Schatten, das... Oh Gott. Schatten, oh je, ich sterbe. Nein, Heiltrank, Heiltrank, Heiltrank. Wen benutze ich den denn? Mann. Na gut, dann bin ich auch mal gestorben. So, wie benutze ich den Heiltrank? Muss ich jetzt so die drei drücken? Ja, kommt doch. Hier ist auch nochmal, da bin ich, da war ich auch noch nicht. Weg, 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 weg. Hin, 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 hin. Yay, ich hab ihn. Okay, ja, doch ein Cooldown, der Heiltrank. Ah, das ist alte Mine. Mit einer Spitzhacke baust du Blöcke, sehr viel schneller. Ich hab ne Spitzhacke. Du mir nix. So blocken kann die, glaube ich, nicht. Gotcha. Alte Mine. Da lohnt's ich doch mal, äh. Gibt's ja gar nix. Ich glaube, ein bisschen Material noch mitzunehmen, kann nichts schaden. Wer weiß, was mich in der nächsten Welt erwartet. Das heißt, man muss so eine Welt abschließen. Portalsteine sammeln, damit man in die nächste Welt kann, so. Vermute ich jetzt mal. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Gepäck ich tragen kann. Huch, jetzt hab ich die Lampe kaputtgehauen. Das hol ich doch gar nicht. Oh, ich hab ne Laterne bekommen. Ne Schatzkiste. Yay. Wow. Stufenabstieg, Level 2. Yay. Na super. Ja, sieht doch ganz niedlich aus. Schön bunt. Nicht ganz eckig. Auch ein bisschen rund. Tiere. Sammeln, bauen, eigentlich alles, was das Herz begehrt. Ich glaub, die kann zwei Blöcke hochspringen, oder? Ja. Dann würde ich sagen, war's das jetzt erstmal für die Folge. Und beim nächsten Mal gehe ich durch das große blaue Portal. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.